Hallöchen Leute hier ist Sachsen und wir spielen weiter mit der Maiko auf. Wir haben ja Tag 2 und mal sehen, wir bauen heute weiter unser Haus, nur der Cripper hat uns vom Weg. Und irgendwo habe ich, wenn ich angekommen bin, dann auf den... Da rein, das war so... NEIN! Musst du in diesem fucking Moment lecken! Jetzt ist Frage... Ich hoffe, ich finde... NEIN! Ich bin so blöd, wieso habe ich mehr Koordinaten nicht bemerkt? Ah, jetzt... Warte, warte, warte... Den Haus hatten wir letzten... Also, wahrscheinlich wäre es in die richtige Richtung gehen wir. Pfff... Alle... So... Hoffe ich ja... Bitte... Bitte, Sagio... Bitte, Sagio... Alter... Ich weiß nicht, wieso, aber in diesem Moment hat es gelegt, so stark, dass ich kann... Verkrotzen! Oder mich überge... 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 Vielleicht nicht... Toll... Ich glaube, da... Oben muss mehr gehen... Wir sind weit weg gegangen... Hey... Fluss! Wo bist du Fluss? So weit wir sind gegangen... Weiß nicht mehr... Komm... Ich steh mir oben... Ein Dorf! Nice! Wir haben ein Dorf gewonnen... Oh, da ist Fluss! Warte mal... Das könnte sein... Da... Haben wir schon... Wir sind schon da... Aua! Haben mir Aua gemacht... Aua! Ich hab mein Bein... Meine Hand gebrochen... Mann! Was mach ich jetzt? Musst du nach Hause kommen? Ich muss mein Hause noch bauen... So... Oh, oh, oh... Wir haben sehr viel... Nein... Scheiße... Also wir gehen noch mal da lang... Vielleicht finden wir noch... Unser Haus... Wenn ja... Du bist... Aber... Bis sie sich kein Haus... Oh... Wir müssen heute... Unser Haus wenden... Bevor nach ist... Sonst wäre es... Kacki... Genau... Problem ist bei mir... Ich weiß... Oh... Ja... Ich flieg noch mal runter... Ich bin nicht sicher... Ja... Automatisch forschen wir auch... Den... Religion... Ist auch gut... Gut... Ne... Ich glaube nicht... Der hier... Da lang... Was... Das ist... Die Fluss... Was... Da... Dorf... Da... Da... Ist auch ein Dorf... Wieso... Wir verarschen... Na... Aber... So weit... Waren wir nicht... Da... Muss irgendwo hier sein... Vermute ich... Oh... Ich will nicht... Ich will... Ich nehme auf... Geh... So... Warte mal... Wo ist dieses Haus? Es geht... Er... Hä? Irgendwann sieht es langsam gut aus, hoffe ich. MAAAN! Wo ist denn... ...Fucking Haus? Verdammte Haus. Hoffe, ich hoffe, hoffe, wo ist dieses verdammte Haus? Ja, da haben wir schon ein Dorf. Aber mein Haus nicht. Also bitte, bitte. Ich habe mir das noch gehofft, ich sehe das Haus wieder. Ja, supi. Hm. War so geile Stelle. Nee. Ich musste den... ...Haus. Toll. Da ist auch nicht... So lange Zeit habe ich ein Gefühl, ich laufe in den Kreis. Hä? Was für ein Bug. Ich habe... Ich will nicht neue Haus bauen. Na man, was für Fehler hatte ich gemacht? Echt? Ich kann nicht ewig suchen jetzt. Aaaaaaah. Aber voll schon wieder ein bisschen dann... ...fissen wir die Umgebung. Ein bisschen. Also, das war die kleine Bäumchen. Das finde ich die riesigen oder die kleinen. Mann! Das drückt mich ja ein bisschen langsamer auf. Oh. Hm. Ja, doch, haben wir gefunden. Juhu. Juhu. So. Dass wir besser wissen, wo ist unser Haus, dann machen wir einen Koordinaten. Hm. Schauen wir an. Wo ist der? 100 und... Sagen wir 300. Aber genauerseits sagen wir... 280 und 115. Dann finden wir schneller. Gut. Also. Uch, nein! Nein! Alle Sachen sind schon... ...despawnt. Also die sind nicht da. Scheiße, ich muss neu suchen. Und wir haben schon den ganzen Tag verbraucht, um unser Haus zu finden. Mann, oh! Wieso ist hier so ein Loch? Ah ja, stimmt. Das war ja... Wie sie grad... äh, leckt mich. Mein Gott. Das war blut von mir. Sau blut. So. Ich versuche den... Vielleicht bauen wir ein bisschen Mia ab. Durch den Nackt vielleicht können wir... Erstmal dann brauchen wir jetzt... Äh, Werkzeuge. Zu das... Bauern und so weiter. So. Zack. Das brauchen wir jetzt. Zack. Und machen wir so. Das habe ich... Das mache ich. Komm, machen wir zweimal. Zack, zack, zack. Haben wir ein Axt. Zweite Axt. Zweite Axt. Leider müssen wir nochmal machen. Okay. Also erstmal Schwert. Das ist eine sehr wichtige Sache. Dann Schaufeln. Oh, eine brauchen wir nicht. Schaufeln und so... Gra... Für Steine. Genau. Es ist nachtgleich. Toll. Das mache ich schnell. Dann wird es schneller gehen. Zu abbauen. Und vielleicht kann ich schon schnell... das Haus bauen. Bede, bede, bede. 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 fach. Ich werde ein Axt runter geben lassen. So, ich weiß nicht. Wir nehmen diese Party wahrscheinlich erst mal gestorben oder... Suche nach Hause weg. Suche nach Hause. Suche nach Hause. Weg. Oder Weg nach Hause. Oh, klingt besser. Weg nach Hause. Ein bisschen geforscht. Ich hoffe, es kommen keine Creeper schon oder sowas ähnliches. Ich hasse es. Wenn es zu hoch ist, muss ich trotzdem noch mal drauf kommen. Juhu, letztes. Ich weiß nicht, wie schnell kann ich das drauf kommen. Der Tag ist ja übertriebenlich schnell vorbei. Die Nachkauf. Zack. Ja, haben ja schon ganz für sich, habe ich noch Schuppe nach oben gemacht, bevor ich muss noch mal nach oben steigen. So, jetzt, wir sind da. Ach du heilige Leute. Waffe, Waffe, Waffe. Essen haben wir auch nicht, na toll. Gewölkig. Jawohl. Was ich brauche noch, da ist Sand. Ich brauche jetzt Sand und, erstmal Sand machen wir. Das ist auch wichtig, die wichtigste. Och ne. Yay. Kohle, Stein, äh, Holz kann ja auch verbrennen. Genau. Kohle brauchen wir ja nicht so bedingt, aber Stein brauchen wir ja schon. Da haben wir unser Haus. Aber ich brauche noch Kohle. Irgendwo hatte ich Kohle auch gesehen. Ach der wird. Oh, ne. Och ne. Ne, 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 ne. Du solltest verpissen. Genau. So soll es sein. Danke. Haben wir geholfen? Schaufel. Würde, wo ist die Stein? so kohle 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 kann eine offene rein machen das geht nicht so schnell kaputt weil ich brauche noch ein bisschen holz machen wir erst mal stein bevor das geht schnell kaputt als wir denken langsam sollte reichen oder da ist uns locker der bruchstein aber erst mal machen wir das dann können wir später stein stein machen werkzeuge stein schwert stein schaufel stein axt und stein spezialgewehr ja wir werden überträglich machen gleich ist tag und ich bin am pudel ja toll und jetzt wie komme ich nach oben so ein schlauer schlau meier so also wenn sie ja wo mein haus verschwinden du bist so wie jetzt nicht mehr gut ja toll was kurz schnell essen das ist kurz unser haus ist nicht so gesichert wie so ich war vergiftet aber besser als nix so machen wir das erst mal genau das haben wir schon offen jay dann kohle und dann machen wir ja ja sonst glas wollte ich machen jetzt somit kann mir manchmal die kommen nicht in haus rein hoffe ich mit dessen hoffen bedeutet nicht immer das was ich denke aber wie ich kenne denn mein kraft die kann nicht so leicht eventuell und die mich schlagen noch aber die kann ich in haus rein ich bin ganz böse den zombies keine gerade für so ein bisschen toll zack 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 jay das wird schneller das sollte sein jay das haben wir unser haus wird langsam fertig wie ich vielleicht auch toll und der tag ist langsam auch vorbei martol langsam wird aber sicher den tag und dann wird er ist mir gefälligte sowie die konsolte kommen gibt mich das nicht so tag für tag machen bauen wir was wasser rein aber was kommt nichts ist das weiß ich nicht vielleicht kommt noch zweite etage in gewandt das werde für lager wir werden alle sachen was wir werden lagern die tue mit dem jahr wird es langsam das haben wir schon vielleicht brauchen wir noch ein bisschen glas also diese seite kommen die nicht noch zwei die kritisch aus mehr nicht so leute der tag hat angefangen also die leute die leiter sagen mir ist leider zu tun aber ich muss schon diese folge beenden wir sehen uns in nächster folge mal sehen was werde nächsten folgen passieren aber diese folge war ein bisschen unser haus suchen aber ja nicht schlimm haben wir gefunden also wir sehen uns nächstes mal und tschüss